Ah, hier ist es fein, guck mal. Zwei Mann. Ah, es ist zu tief. Der läuft nach rechts. Okay, warte, ich geh mal... Auf dem Feld. Ab ihn. Schön. Den zweiten sehe ich nicht. Da draußen, weit. Ab ihn. Mach mal den Panzer. Boah, das sind 500 Meter, ey. Was? Okay, das ist krass. Sehr, sehr weit draußen, ja. Okay, jetzt wird es interessant hier. Ja, ja. Also ich push dann in den Punkt. Oder laufen schon welche? Hier. Ja. Kannst du einen? Ja. So. Boah, jetzt müssen wir gucken, dass wir einfach Ziele finden hier. Warte mal, ich markier mal. Oh, da sind viele. Da spawnen die. Punkt. Ah, okay, der Punkt ist da. Ja. Ja, genau. Da ist noch einer. Dahinter. Fehlt. Scheiße. Block mich nicht, block mich nicht. Weg, 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 weg. Der guckt genau auf uns. Ja. Ja, der hat uns noch nicht gesehen. Wo ist der? Immer noch hinterm Tier 34? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ah, fuck. Jetzt hat er es schön gelegt. Ja, ich tue es schön. Jetzt ist hinter dem Panzer. Direkt meine Markierung. Ich mach die Markierung weg. Ja. Mal weiter, ob da was ist. Ah, er hat sich gerade geduckt. Da laufen auch viele. Hier ist noch einer. Warte, ich geh mal ein, zwei zurück. Ob ich was sehe hier. Oh, 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 oh. Der, der am Panzer erst. Der guckt gerade. Hey, ich hab ihn getroffen, aber er ist irgendwie abgeprallt. Hey, da ist eine Wand. Da ist eine unsichtbare Wand oder so. Der am Holz Ding. Ist einer? Ja, warte. Kommt. Nicht, oh, scheiße. Du bist im Weg, so ein bisschen. Ah, okay, warte. Ja, hier hab ich keine Deckung, aber. Ja, okay, am Holz sehe ich. Auf einen da. Da ist noch einer rechts. Ich treff den am T-34, Junge, nicht. Da ist irgendwas dazwischen. Keine Ahnung. Dann trifft er uns auch nicht. Ja, ne, safe trifft er uns. Ja. Ja, der ist hinter irgendeiner unsichtbaren Wand. Da ist eine Garnison am Holz, ja. Ja, ja. Ah, die laufen den Hügel alle hoch. Ja, ja. Einerwischt. Ja, der läuft ziehtsackig. Wird da Munition nicht verschwenden. Ja, stimmt. Oh, oh, Beschuss. Beschuss, ja. Wir sollten uns zurückziehen. Positionwechsel. Ja. Oh, ja. Ist ein Mg. Weg hier. Den Reli auch versetzen. Sollten nach Nord-Osten raus. Die. Ja, ich würd da dranbleiben, dass man das weiter beschießt. Ja, okay. Weil das ist ja gut, die da in den Schacht zu halten. Wenn die da alle rauslaufen. Dann kannst du, bleib du dort hinten dann. Hast du dort gute Sicht? Einigermaßen, ja. Ja, okay. Also ich bin halt super offen, aber. Ja. Wenn die da nicht drauf achten, dann krieg ich viele, ja. Hier läuft einer auf dem Feld. Ja. Da kommt einer auf dich zu, glaub ich. Ne, hinter dem, hinter der Kiste. Okay. Okay. Ja, seh ich. Tot. Ja, schön. Da ist noch einer. Links davon. Ja, gesehen. Der liegt aber. Schuss auch. Okay. Der kommt auf uns zu. Der kommt, der kommt daher, der kommt daher, ja. Markiert. Da sind mehrere. Ah, der am Panzerschieß, glaub ich. Markiert, genau. Ja, scheiße, ich bin down. Ja, ich hab da kein Schussfeld. Das ist zu tief. Okay. Aber ich krieg die da oben auf dem Hügelkamm. Spawnst du neu? Ja, ja, ich spawn jetzt gleich. 15. Ich hab einer versucht uns zu pushen. Ja. Kann ich den Rallye weiter nach Norden versetzen? Ja, am besten schon, ja. Ja, komm mal, Granaten auf unsere Position. Die wollen, ich brauch mal Muni von dir. Ja. Guck mal, Muni hier. Und dann gehen wir außen rum. Wir gehen auf die andere Seite des Dorfs, weißt du? Dann schießen. Fuck, fuck, fuck. Hab ihn, hab ihn. Ja, da liegt Muni. Ich heil mich. Ja. Oh. Artillerie. Ist ja nicht für uns. Gut. Das war auch der, der uns auf die Pelle rücken wollte. Da kommt mal einer. Weiß nicht, ob ich ihn hab. Nee. Ich hab ihn noch gesehen, hier im Graben. Okay. Er ist tot. Schön. Wir müssen hier weg. Wir müssen verlegen. Normal schon, ja. Definitiv. Ja. Hier, hier, ne? Zwei Mann. Zwei Mann hinter dem Ding. Ja. Es ruckelt genau in dem Moment. Der läuft gerade. Der läuft gerade, ja. Der ist tot. Der ist tot. Bums. Keine Ahnung. Dieser Zisterne oder was das sein soll. Ja, genau. Okay. Guck mal weiter rechts. Nehm du den ab. Ich guck weiter. Ja. Jetzt geh ich nach links raus. Vielleicht krieg ich da einen Winkel drauf. Weiter. Selber Position. Da ist einer links hinter dem Holz. Ja. Zwei Mann. Leider nichts. Der, 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 der an die Dings guckt. Raus grad. Ja, warte, warte, warte. Durch da. Ja. Hab ich. Der Behälter da. Ah, ist gerade wieder in Deckung gegangen. Ja, ja. Der eine piekt. Der eine piekt. Der läuft gerade rechts, rechts weg. Hab ich. Schön. Schön. Jetzt hier, der piekt grad. Kurz nach. Wieder weg. Wieder weg. Aber die wissen noch nicht genau, wo wir sind. Ne. Wissen wir nicht. Die werden wahrscheinlich auch rauslaufen. Ja. Der läuft rechts raus. Ah, kacke. Der war irgendwie schon am springen. Ja. Hab ihn. Schön, schön, schön. Da ist bestimmt irgendwo ein Spawn. Da muss noch einer im Haus sein, ja. Ja, hier am Fenster. Schön. Okay, alle weg. Gut. Schön, das war gut. Ja. Du müsstest halt über diesen Hügel gucken können. Weißt du, da hinten, da ist der neue Punkt, oder? Ja, genau. Das heißt, wir müssen eigentlich an den Hügel. Wir können mal gucken, ob wir... Oh, warte mal. Hier ist der Panzer. Ich hab grad die Panzerbesatzung getötet. Die hat repariert, außerhalb. Ah, okay. Ah, fährt wieder. Schade. Ah ja, ich seh's, ja. Der liegt noch am... Ne, das ist ein Schatten. Ne. Naja, hab ich auch gedacht gerade. Hm. Okay, naja, egal. Dann gehen wir weiter, ne? Richtung... Aber da müssen wir halt aufpassen. Ja, da müssen wir echt... sehr aufpassen, ja. Ah, scheiße. Scheiße, okay. Scheiße, okay. Hat sie nicht gelohnt. Aber die haben Geduld, muss man sagen, ne? Die haben echt Geduld. Ja, die... Ich glaub nicht, dass die da... ... so... ... geschont. Hab ihn. Spawnst du? Der steht nicht noch mal. Ja, der ist ja noch irgendwo. Also geht's doch mal hier.